Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu einem neuen TYPO3-Video. Dieses Mal geht es um die System-E-Mails, beziehungsweise die E-Mails, die aus TYPO3 herausgeschickt werden oder verschickt werden können, besser gesagt. Wenn man das in aktuellen TYPO3-Versionen macht, zum Beispiel auch die Mails aus dem Install-Tool, aber auch die Mails, die aus der Form-Extension zum Beispiel verschickt werden können bei aktiviertem Fluid-E-Mail-Template, ich zeige das nachher gleich, die haben ja ein bestimmtes Design, das ist eine HTML-E-Mail. Da sieht man in der Regel das TYPO3-Logo, die TYPO3-Farben, es gibt also einen Futter-Text mit Copyright-Hinweisen und so weiter. Das ist ja standardisiert noch seit einer Weile. Und dieses Template kann man natürlich auch überschreiben und ich beziehe mich jetzt nicht speziell auf die Templates der Form-Extension. Das kann ich ja sogar pro Formular ändern im Prinzip, wie man das macht. Dazu habe ich mal vor einer Weile ein Summinar gehalten, die Aufzeichnung findest du auf meiner Website, beziehungsweise das ist auch ein Thema in der TYPO3-Masterclass, wenn man die Templates bei Formularen gezielt ändert. Ich spreche jetzt allerdings von diesen System-E-Mails, sage ich mal, die rausgehen aus dem System, denn die möchte ich ja vielleicht auch anpassen. Ich möchte nicht das Standard-Design verwenden, ich möchte vielleicht auch diesen Futter-Text ändern, dass da meine Copyright-Informationen drinstehen oder was auch immer. Kann ja natürlich auch für Kundenprojekte interessant sein, dass da eben das Ganze mehr an das Corporate-Design deines Kunden sich anlehnt oder wie auch immer. Okay, jetzt zeige ich mal, wie das Ganze gemacht werden kann und wie das momentan bei mir aussieht. Dazu gehen wir mal hier in den Browser. Ich habe jetzt hier ein TYPO311 und habe hier ein ganz normales Formular. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Ich habe hier ein Kontaktformular und bei diesen Finishern, E-Mail-to-Receiver oder E-Mail-to-Sender, kann man ja jeweils aktivieren, wenn man die mal öffnet, dass hier unten Fluid-E-Mail verwendet werden soll. Ja, wenn ich das nicht mache, dann werden andere Templates verwendet. Wenn ich das hier allerdings aktiviere, dann wird eben das Standard-Template benutzt, was ja auch TYPO3 aus dem Install-Tool raus nutzt. Das können wir uns auch mal angucken, wenn ich das Formular jetzt hier mal verschicke. Geht mal irgendwas ein hier. Bei mir landet das jetzt hier lokal in Mailhawk. Das ist diese Nachricht hier. Und das ist jetzt mehr oder weniger das Standard-Template. Du siehst, ich habe hier jetzt schon andere Farben, auch ein anderes Logo. Normalerweise ist das ja hier, glaube ich, orange und hier sieht man das normale TYPO3-Logo. Das habe ich jetzt schon angepasst, aber das ist ja etwas, was jeder machen kann. Und zwar kannst du das ja ganz einfach hier in den Settings, in der Extension-Konfiguration der Backend-Extension festlegen. Hier kannst du Logos ändern, Farben ändern und so weiter. Also das ist ja Standard, sage ich mal. Jetzt möchte ich aber vielleicht eben dieses ganze Template hier verändern, dass ich vielleicht eine andere Struktur habe, eine andere HTML-Struktur. Auch das hier vielleicht anders, wie auch immer, vor allem den Text da unten. Und da gibt es jetzt eine Methode, zeige ich dir jetzt mal, wie man das ändern kann. Dazu gucken wir uns jetzt mal erst mal an, wo kommt eigentlich diese Information her? Wo liegt eigentlich das Template, was da genutzt wird? Und dazu gehen wir mal hier in die Konfiguration oder Configuration. Hier oben auf TYPO3-Conf-Vars, Global Configuration. Und du siehst hier den Bereich Mail. Den klappen wir mal aus. Und dann siehst du hier Layout-Woot-Paths, Partial-Template-Woot-Paths. Das kennt man im Prinzip von Fluid-Templates, von Typoscript. Das ist hier ähnlich oder im Prinzip gleich von der Syntax her. Was uns interessiert, ist hier dieser Bereich Layout-Woot-Paths. Und da sehen wir, da gibt es zwei Verzeichnisse. Einmal aus der Core-Extension und einmal aus der Backend-Extension. Und das liegt dann unter Core-Resources-Private-Layouts. Und das ist das, was uns jetzt interessiert, hier das bei Null. Gehen wir mal in den Editor und gucken uns das mal an. Ich habe hier ein lokales TYPO3. Das hier schließe ich mal. Das brauchen wir nicht. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, unter Public TYPO3, da liegt mein TYPO3-Kern. Systext, Core, Resources. Was ist jetzt Public oder Private? Private, oder? Private Layouts, genau. Logisch, ja. Und da gibt es hier System-E-Mail.html und System-E-Mail.text. Das ist wichtig. Es wird ja standardmäßig eine HTML-Mail verschickt, aber eben auch ein Textteil angehängt, sage ich mal, für die E-Mail-Clients, die aus was für Gründen auch immer jetzt mit HTML-E-Mails nichts anfangen können. Und diese beiden Dateien möchte ich jetzt ändern. Das kann ich natürlich nicht oder sollte ich nicht hier in der Core-Extension machen, weil beim nächsten Update werden meine Änderungen natürlich wieder weg. Das kennt man. Also würde ich jetzt im ersten Schritt diese beiden Dateien mal schnappen und mir kopieren. Und zwar am besten in mein Site-Package, wenn ich ein eigenes habe. Theoretisch müsste das auch gehen, wenn es irgendwo im File-Admin liegt. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht getestet. So arbeite ich nicht mehr. Ich habe jetzt hier ein eigenes Site-Package. Liegt bei mir jetzt hier unter Packages VT11. Und da habe ich hier unter Resources Private Layouts System-Mail einfach einen Ordner angelegt. Also die Bezeichnung ist jetzt hier frei wählbar. Ich habe das einfach System-Mail genannt. Und habe hier diese beiden Dateien schon reinkopiert. Das sind jetzt also bereits Kopien der Original-Dateien. Jetzt muss ich TYPO3 natürlich sagen, okay, nimm bitte diese Kopien und nicht die Originale. Und auch hier kann ich diesen Parameter Layout Root Paths erweitern. So wie man das auch von TYPOScript kennt. Allerdings passiert das jetzt nicht im TYPOScript, sondern hier in der Additional Configuration. Die habe ich jetzt also hier schon geöffnet. Die liegt ja normalerweise oder liegt unter Public Type 3 Conf. Da findest du die Additional Configuration. Wenn du die nicht hast, dann kannst du die auch einfach anlegen. Ich arbeite jetzt hier lokal mit DDEV. Da gibt es die Datei sowieso. Wenn du das Ganze auf einem Server machst, dann hast du vielleicht keine Additional Configuration.php. Dann legst du die einfach an im Verzeichnis TYPO3 Conf. Wichtig ist hier oben mit diesem Zeichen beginnen, dass das eben eine PHP-Datei ist. Und das ist die wichtige Zeile hier. Bei mir Zeile 3. Die habe ich jetzt momentan schon mal deaktiviert. Das heißt, ich entferne diese Kommentarzeichen und sage jetzt eben hier Dollar Globals, TYPO3 Conf. Mail, Layout Root Paths. Und kann dann hier mit einer beliebigen Ziffer das ergänzen. Da ist jetzt hier eine 700. Das kann aber auch eine 100 sein, was auch immer. Es muss halt höher sein als diese 10 hier. Beziehungsweise, ich glaube, in der Dokumentation steht auch, dass alles, was unterhalb von 100 ist, eher für das System vorgesehen ist. Also nimm irgendwas größer oder gleich 100. Und dann legst du einfach das Verzeichnis fest, also den Pfad zu deinem Verzeichnis, wo deine angepassten Templates dann liegen. Gut, das speichere ich jetzt einmal. Ich gehe einmal noch ins Backend und leere mal alle Caches, damit diese Änderung wirklich da ist und lade jetzt einfach mal hier das Ganze neu. Und jetzt siehst du, wird das hier ergänzt. Ist also auch ein Fallback natürlich. Wenn jetzt die gewünschte Datei hier nicht zu finden wäre, dann würde TYPO3 eben schauen, okay, hier bei dem Verzeichnis 10 oder eben dann bei der 0. Gut, um das zu testen, nehmen wir mal eine kleine Änderung jetzt in der Datei vor. Ich habe die hier schon mal geöffnet. Das ist jetzt also hier meine Kopie. Und du siehst, das ist so ein klassisches E-Mail-Template hier mit viel Inline-CSS. Vor allem auch eben hier an den einzelnen HTML-Elementen wird oft CSS verwendet. Wo sehen wir es denn hier? Style, Background, Color und so weiter. Hier wird dann allerdings auch mit Variablen gearbeitet. Das ist also ein ganz normales Fluid-Template. Das heißt, wir können alles machen im Prinzip, was wir so aus Fluid kennen. Aber ansonsten siehst du vom HTML-Code her, ja, Tabelle, Tabellen-Design, Center, Elemente und so weiter. Das ist so, ja, HTML aus den 90ern. Das muss man halt nutzen, wenn man mit E-Mails arbeitet oder E-Mails verschicken will aus irgendwelchen Systemen heraus. Gut, ich versuche das mal ein bisschen hier zu verkleinern beziehungsweise hier zu vergrößern. Schau dir das Template einfach mal an. Hier wird zum Beispiel das Logo dargestellt. Da wird dann geschaut, ist ein Logo definiert in der Backend-Extension. Wenn nein, dann wird das Standard-Type-3-Logo hier verwendet. Hier wird der Titel ausgegeben oder eine Section wird gerendert, besser gesagt. Die Section liegt dann übrigens in einem Template, was da auch zu finden ist. Das Template brauchen wir aber gar nicht ändern. Da ist nicht viel HTML-Code drin. Also wenn du das Design ändern willst, die Farben, was auch immer, ist die Layout-Datei eigentlich die richtige Stelle dafür. Gehen wir noch weiter runter, dann kommt irgendwann Body Start. Und das ist tatsächlich dann der Teil, wenn wir uns die E-Mail nochmal anschauen hier, wo der Content dann gerendert wird. Das hier unten. Und du siehst, hier wird eine Section Main gerendert. Die liegt auch im Template der Extension. Da ist aber nicht viel drin. Da wird nur eine Variable Content ausgegeben. Mehr eigentlich nicht. Und um jetzt einfach mal zu testen, ob unsere Datei hier verwendet wird, würde ich jetzt hier einfach mal einen Text hinzufügen. Sagen wir mal in der H2 mein Layout. Ich speichere das Ganze. Leere hier nochmal die Caches. Und am einfachsten verschicken wir hier nochmal das Kontaktformular. Mal gucken, ob das hier mit einem Neuladen einfach funktioniert. Dann sollte das ja theoretisch nochmal verschickt werden. Gucken wir mal hier. Ja, da ist jetzt eine neue E-Mail eingegangen. Und du siehst, jetzt ist hier dieser Text mein Layout. Das heißt, jetzt wird schon meine Layout-Datei verwendet. Und die kannst du jetzt natürlich beliebig anpassen. Das werde ich jetzt nicht im Detail zeigen. Da brauchst du natürlich HTML- und CSS-Kenntnisse. Das ist ganz klar. Aber jetzt kannst du hier eigentlich machen, was du willst. Und gerade nochmal auf diesen Text hier unten, das hatte ich ja ganz am Anfang erwähnt, dieser Copyright-Hinweis und so weiter. Wenn du hier eben deinen eigenen Text stehen haben willst, das findest du auch in dieser Datei. Und zwar hier unten im Footer-Bereich. Hier ist dieser Text zu finden. Ja, das E-Mail war sent by bla 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 und so weiter. Das ist genau das, was hier steht. Dieser Copyright-Text, der kommt tatsächlich hier aus dieser Variablen. Wie die befüllt wird, weiß ich jetzt gar nicht. Ehrlich gesagt, da habe ich nicht geschaut. Aber wenn ich hier einen anderen Text stehen haben will, dann lösche ich halt einfach diese Zeile hier und füge hier meinen eigenen Text hinzu. Also da kannst du dich jetzt austoben und kannst alles anpassen. Natürlich ist es ein bisschen aufwendig. Inline-Styles im CSS, das ist eigentlich, will man eigentlich nicht. Aber bei E-Mail-Templates ist es halt so. Da muss man sich jetzt durcharbeiten. Aber wie gesagt, die Grundlagen sind jetzt geschaffen und du könntest jetzt das hier so anpassen, wie du lustig bist. Das Gleiche funktioniert jetzt übrigens auch bei dieser System-E-Mail, die vom System verschickt wird, wenn man zum Beispiel sich benachrichtigen lässt bei Logins oder so. Das können wir auch mal testen. Hier unter Environment kann ich ja eine E-Mail oder eine Test-E-Mail rausschicken. Die geht jetzt hier auch in meinen Mail-Hoc rein. Gucken wir mal. Hier Test von bla bla bla. Und auch hier siehst du, wird jetzt meine Layout-Datei verwendet. Also auch für diese E-Mails kannst du das jetzt alles individualisieren, ans Corporate Design von dir oder deinem Kunden anpassen. Ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das Ganze bringt dir irgendwas, kann dir weiterhelfen. Ich habe da auch eine Weile rumprobiert, bis das jetzt so funktioniert hat, obwohl es eigentlich sehr simpel aussieht. Aber vielen Dank auch an den Stefan Frömmken, der mir da ein paar Tipps gegeben hat. Ich war nämlich auf einer falschen Fährte, sage ich mal. Ich hatte nicht nur die Layout-Datei überschrieben, sondern auch die Template-Datei, die man in der Core-Extension findet. Und da hat das Ganze dann nicht mehr funktioniert. Da kamen tatsächlich die Inhalte in der E-Mail nicht mehr raus. Ja, da wurde zwar das Layout gerendert, aber eben nicht mehr der eigentliche Inhalt der E-Mail, der Text, der im Formular eingegeben wurde. Das hat einfach gefehlt. Warum? Stefan Frömmken hat es in der Facebook-Gruppe auch erklärt, warum das so ist. Aber ich habe jetzt da nicht weiter nachgeschaut, da eigentlich die Änderung in den Layout-Dateien in der Regel ausreicht, wenn man eben das Design verändern will. Da muss ich in die Template-Datei eigentlich nicht rein. Da sind keine relevanten HTML-Codes, die man irgendwie ändern könnte. Ja, gut, das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen hoch da. Abonnier den Kanal, aktivier die Glocke. Du kennst die üblichen Sprüche. Und wenn dich das Thema weiter interessiert, Formulare, Formversand, Mailversand, Intr.3, dann schau mal auf meiner Website vorbei. Da findest du zum einen die Aufzeichnung eines Seminars, was ich vor ein paar Monaten genau zu diesem Thema gehalten habe. Da gehe ich auch darauf ein, wie man eben pro Formular eigene Templates verwenden kann und so weiter. Und natürlich ist das Ganze auch Thema im neuen TYPO311-Videokurs in der Masterclass, also in der größeren Variante dieses Kurses. Gut, vielleicht sehen wir uns dann in der Zukunft. Mach's gut, bis dann. Gut, vielleicht sehen wir uns dann.